Tommi Hilfiger ist für mich easy going, fun, casual. Ich mag die Sachen total gerne und habe einige Teile im Schrank von Tommi, die ich heiß und innig liebe. Ich finde, dass die Marke etwas ganz Tolles hat und zwar, dass sie unglaublich persönlich ist. Für mich, ich bin französisch und habe in den USA gehofft und fühle mich, dass ich dieses Land adoptiert habe. Für mich ist Tommi Hilfiger die icone amerikanische Marke. Es ist immer wieder eine moderne Geschichte. Tommi Hilfiger ist für mich ganz ehrlich schöne Mode. Das Schöne ist, dass ich eigentlich jedes Mal mit dem Anzug ausgesucht habe, 102 reingestiegen und es hat gepasst. Also das ist kein Shishi und gar nichts, sondern es ist einfach noch für Männer. Sie halten es immer klassisch. Sie halten es sehr clean. Sie halten es sehr selke. Es ist etwas, das man jeden Tag auf jeden Fall tragen kann. Sie halten es Spaß. Es ist super schön, oder? Ich mag das immer gerne, wenn der Raum so hoch ist. Wenn es so wie in New York oder so, wenn es so ein bisschen loftartig ist. Ich liebe das Vintage-Fühl, besonders in dieser Runde. Ein fantastisches Feuerwerk, eine fantastische Kugelzeile. Es fühlt sich, als ob du in einer Bibliothek bist und es hat eine sehr heiße Gefühl. Wenn ich shoppen gehe, dann hier in der Gegend. Es ist eine wahnsinnig spannende Gegend. Es erinnert mich ein bisschen an New York, wo ich studiert habe. Und deswegen bin ich auch besonders gerne in Berlin, weil es mich so, wie gesagt, genau wie die Marke, ein bisschen an meine Jugend erinnert. Was ich über Berlin liebe, ist wirklich die Energie. Es ist etwas, ich weiß nicht, es wird viel passieren. Es wird viel mehr passieren hier, das ist eine große Gefühl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.